In dem folgenden Video möchten wir euch unseren Eldö vorstellen. Eldö ist ein neunjähriger, viergängig veranlagter Rotfuchsballach. Eldö ist resumäßig sehr gut ausgebildet, wünscht sich einen eher routinierten Reiter wegen seiner selbstbewussten Art. Eldö ist neun Jahre alt und für die von euch, die fleißig unsere Videos gucken, ihr wisst, dass der Eldö schon eine ganze Zeit bei uns ist, schon länger als ein Jahr, denn der Eldö, der hat es nicht ganz so einfach, der steht sich ein bisschen selber im Weg. Eldö ist ein sehr, ja, möchte ich sagen, selbstbewusstes und sehr starkes Pferd. In der Herde ist er der uneingeschränkte Boss und egal, wenn neue Pferde dazukommen, er ist immer der neue Boss. Nicht blöd dabei, aber eben sehr, sehr stark und sehr, sehr selbstbewusst. Eldö ist von uns sehr weit ausgebildet worden, dressurmäßig super geritten, kann er alle lösen und auch schon einige versammelnde Lektionen. Also hier ist er richtig gut geritten und er macht auch sehr viel Spaß, ihn dressurmäßig zu reiten. Allerdings testet er seinen Reiter auch gerne aus und wie gesagt, ein starkes Pferd, der geht dann nach vorne, wird dann schon mal flott und auch vom Temperament ist er recht ordentlich. Also ein Pferd, was definitiv einen erfahrenen und routinierten Reiter benötigt, der Lust hat, sich mit diesem Pferd auseinander zu finden. In dem Moment, wo du sein Freund bist, ist er deiner für immer und ewig und dann macht er alles für dich. Aber diesen Moment muss man erst einmal erreichen. Eldö hat keine Angst vor irgendwelchen Sachen und auch im Straßenverkehr ist er total cool. Und er macht alles ganz unkompliziert, ist dadurch, dass er schon lange da ist, er schon sehr eingedeutscht. Er ist auch exemfrei, hat jetzt schon den, ja, den dritten Sommer, glaube ich, ja, der dritte Sommer kommt jetzt, zwei Sommer hat er jetzt schon hinter sich in Deutschland und ist absolut exemfrei. Das ist schon mal sehr schön. Also, wie gesagt, der Eldö, ein Pferd für einen ambitionierten Reiter, der Lust hat, Dressur zu reiten. Natürlich geht er auch gut auf der Ovalbahn, aber hier sieht man auch schon, da will er mehr vorwärts gehen. Fragt dann schon mal, ob da auch mehr geht. Da muss man ihn dann schon dran erinnern, dass er eben in dem Tempo geht, was der Reiter sich wünscht. Genauso ist es im Gelände. In dem Moment, wo er das verstanden hat, ist alles gut, dann ist er weich und leicht in der Hand. Einfach super schön zu reiten ist, dann ganz, ganz rittig, ist leicht in der Hand, ist schön am Bein, kann, wie gesagt, auch viel, weil wir eben sehr viel dressurmäßige Arbeit mit ihm gemacht haben. Und ja, dieses Pferd hat seine Vor- und seine Nachteile und für jemanden, der sich in dieses Pferd verliebt mit all seinen Eigenarten, ist er wirklich ein richtig tolles Traumpferd, aber absolut kein Pferd für einen Anfänger oder für einen ängstlichen oder schwachen Reiter. Und ja, wenn ihr den LDR mögt, wir mögen ihn gerne, sehr gerne sogar. Und vor allen Dingen die Vicky, hier reitet ihn ja die Steffi, die hat ihn vorher noch gar nicht geritten. Also das erste Mal, dass sie drauf sitzt. Und wie gesagt, er fragt dann schon ein, zwei Mal, ob da jetzt auch noch was anderes geht. Geht aber nicht. Die Steffi ist eine sehr versierte Reiterin. Und die Vicky, die trainiert ihn normalerweise. Auf dem alten Video ist auch Vicky drauf. Und die liebt den richtig, weil der einfach so Spaß macht. Und wenn der für einen da ist, gibt der einfach alles. Also schon ein Pferd, das ein bisschen speziell ist in allem. Aber auch ein Pferd, was cool ist und einem Reiter ganz, ganz viel Freude bereiten kann. Wenn er euch genauso gut gefällt, geht uns dann, meldet euch die Daten dazu. Findet ihr oben im Video. Also geht es um den Preis oder mehr Informationen. Dann einfach eine WhatsApp schreiben, anrufen oder eine E-Mail schreiben. Und dann erzähle ich euch was über den schönen Eldör. Wenn euch das Video gefällt, freuen wir uns, wenn ihr ein Like da lasst. Und auch über einen netten Kommentar freuen wir uns selbstverständlich. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann drückt doch einfach die Glocke weg. Folgt dem Kanal. Und ihr seid immer informiert, wenn wir ein neues Video posten. Und bis dahin noch ganz viel Spaß mit Eldör. Frau Vornesütte. Ciao. Das war's. Das war's. Das war unser Eldeo. Eldeo ist ein super Pferd für den dressur-ambitionierten Islandpferdereiter, der aber natürlich nicht auf Tölz verzichten möchte.